Oh mein Gott, X11! Ich hab's grad noch gecallt, mein Mann, Digga! Hol es dir, Benji, der ist in der Box! Benji mit dem Double-Kill! Da geht's... Wow! Holy Shit! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal und meine lieben, liebsten Freunde, ihr habt es euch ja natürlich zurückgewünscht, die Turniere sind back wie Rücken und der Viewing Party Boss ist back wie Rücken, außer in so einem besonderen Fall wie heute, denn heute gibt es einen Spreak-Up von Epic Games. Das Ganze ist wahrscheinlich so ein Test-Turnier, um zu schauen, wie laufen die Server. Das Ganze ist so los, es gibt 30 Punkte pro Sieg und einen Punkt pro Eliminierung. Das heißt, durchschnittlich werde ich höchstwahrscheinlich, ich will nicht flexen, aber ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen, 60 Runde pro Runde holen, kapi? Für die Top 50% gibt es ein Unknown Item, das Ganze sind, glaube ich, Sprays, soweit ich das mitbekommen habe und für die Top 10% gibt es sogar drei verschiedene Sprays. Falls euch das Ganze gefällt, gerne den Creator-Code AMA eintragen und natürlich den Kanal abonnieren. Es wird auch noch zu den ganzen Turnieren, die jetzt ab nächster Woche losgehen, ab Montag, 19 Uhr, wird es noch ein... Ich announce das Montag im Stream. Es wird was Cooles auf euch zukommen für die Viewing-Partys, für die einzelnen Turniere. Da habe ich mir mal was ausgedacht, was extrem geil sein wird. Ihr werdet euch darüber freuen und es wird auch was zu gewinnen jedes Mal für euch geben. Wird unglaublich geil, schaltet gerne in die Viewing-Partys ein, supportet hier auch gerne auf YouTube und würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. So, wie ein Buket funktionieren sollte. Oh, bin der Beste. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin der Beste. Ey, ich kriege gerade nichts hin. Guck mal, wie schlecht der ist, Digga. Und ich kriege nichts hin. Hä? Hätte ich nicht gedacht, dass ich so scheiße bin. Die sind ja alle scheiße, Chad. Ich weiß nicht, was ich da mache, aber ich habe es einfach gemacht. Mann! Digga, ich mache nur Hits die ganze Zeit. Wie Bravo. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste, Chad! Wichtig, wichtig. Nice, Mama. Okay. Mann, kann der aufhören zu bohren. Ah, schade. Egal, Top 3 rausgeholt, Chad. Let's fucking go. Nein, oh mein Gott. Mann! Schade. Ah. Ich bin in deiner Box, Signor. Signor, que pasa? Que pasa, Signor? Ich bin in deiner Box. Shit, das ist alles süß einfach gewesen. Wohl. Du hast deinen Beste. Okay, gut. Okay, gut. Du bist ein Hure. Fully piste. Spielspaß. Spielspaß, Chat. Schon wieder Top 4. Egal. Habe ich nicht drauf geachtet. Egal, GG's. GG's, man. Dafür, dass ich keine Mets hatte. War krass. Zwei Runden. Ich kann beide ausspielen vom Ding her. Ja, logisch. Ich glaube, das war ein Schlimmste. Weil so schla... oder? Hm, das war ein Opfer. Das war ein Opfer, glaube ich. So ist es immerhin so los. Ja, vielleicht wurde ich auch einfach nur abgecampt. Ich habe gerade jemanden double keyen wollen, der unter mir war, der sich die ganze Zeit versteckt hat. Habe dann so ein paar Sachen replaced. Und dann kam außen nichts ein anderer Gegner noch dazu. Und ich hatte irgendwas gehört gehabt und ich dachte halt, das ist der Bot vielleicht gewesen. Kurz warten ist der Key, Chat. Guck mal, ich habe fast so viele Punkte wie Mr. Savage. Junge. Ich habe 111, er hat 119. Hä? Na, Chat, sie muss auch wissen, wenn sie double keyed wird. Boah, Lechi, bester Spieler? Nein! Doch nicht. Lechi, bester Spieler gerade. Lechi, komplett bester Spieler gerade, Chat. What the fuck? Wieso lebt er noch? Ja, weiß ich auch nicht. Na, ich wusste es. Zae wird der Beste gerade. Ja. Nein, er hat ihn komplett gebummst. Er hat ihn komplett gebummst. Er hat ihn so doll gebummst, Chat! Holy shit! Ja, er ist der Beste. So. Er sagt einfach nicht nur irgendwie so, ja, weiß ich nicht, Top 10 und dann irgendwie 5 Subs, sondern einfach Top 5 gleich 100 Subs. 100 Subs für die Community Chat jetzt mal anfeuern. Weiß ich nicht, ob er das mochte. Weiß ich wirklich nicht. Weiß ich wirklich nicht, Chat, ob er das mochte. Sag ich euch ehrlich. Nein! Oh mein Gott! Alter! Schade! Nice try, Chat! Nice try! Schade! Oh, er hätte ich den geholt. Chili Splashes, alles! Oh! Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Der Right-Hand-Peak war echt unsauber, Chat. Wann ist denn der... Oha, der ist einfach der Beste oder so? Oh, perfekt. Bias! Mit insgesamt 11 verschenkten Community-Subs! Der Budi ist einfach komplett drauf. Digga, die battlen sich. Heute ist der 8.1. Chat. Der 8.1. 2022. Und das ist jetzt schon ein 10 von 10 Stream. Digga, ihr seid doch geistig. Ich weiß gar nicht, was... Also... know what? Bist du zoolstisch before? Oh mi coordinate? Ja, der Wagen hat mich gerade recht subscribe!